jetzt und und jetzt ist das so du kommst von der arbeit bis allein kommt heim das einzige was du hast und die leute erst mal im ts oder so oder einen von ssg oder so anschreiben Prozent es ist zwar auch toll das ist die jungs gibt oder so aber im Prinzip es ist halt einfach nicht dasselbe wie mit meinem Schatz und ich vermisse sie unendlich und ich würde einfach alles geben damit es irgendwie wird aber ich glaube nicht dass das der Fall sein wird bei mir und ich finde es einfach scheiße muss ich einfach sagen und schade aber irgendwie muss ich damit jetzt klarkommen zurzeit nehme ich extrem viel auf um mich im ja ablenken zu können sag ich einfach mal so und es klappt auch ganz gut muss ich sagen ich habe jetzt ehrlich gesagt auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen ich habe mich ablenken können andererseits habe ich natürlich auch viel aufnehmen können was natürlich nur ein halber ja Erfolg ist sagen wir es mal so mir wäre es natürlich viel lieber wenn sie jetzt da wäre und ich halt dann irgendwann aufnehmen aber so ist es dann halt nicht so der Fall sondern halt irgendwie blöd nur schade das macht mich auch irgendwie voll fertig gerade darüber zu reden ja bin ich aber auch selber schuld ich Idiot muss man einfach so sagen ähm ja mit jeder Erfahrung nennt man dazu sag ich und ich hoffe einfach dass dass es besser wird und eine Hoffnung halt auch behalten ich werde es noch eine Zeit lang probieren wenn es nicht klappt dann habe ich es wohl richtig verschissen und wenn das der Fall ist dann weiß ich auch nicht was ich tun werde kann ich mir eigentlich nur auf die Schulter klopfen und sagen super gemacht du Vollidiot hast wahrscheinlich die das Mädchen deines Lebens so ungefähr weggeworfen ja ich verdenke ihr denkt jetzt alle ja ähm das ist es gibt so viele Mädels draußen und du wirst schon wieder jeder Topf hat nen Deckel so ungefähr ja das stimmt schon jeder hat einen aber in meinen Augen habe ich meinen schon gefunden gehabt deswegen weiß ich nicht ich habe es einfach verschissen und ich hätte es einfach nicht so machen sollen ich Idiot und ich könnte mir jetzt tatsächlich auch ohne Ende in den Arsch beißen und weiß gar nicht was ich alles noch sagen soll dazu am besten einfach gar nichts und wir wenden einfach dieses Thema und ich mache hier einfach weiter mit dem Let's Play so jetzt sind wir hier ähm Truhe Nummer 1 das ist eine Potion okay haben wir hier äh Autsch Autsch muss mich gerade ein bisschen verrenken äh haben wir hier vielleicht was ne haben wir nicht hier hier haben ah da haben wir noch eine Truhe natürlich äh das da oben nein warum kämpfen wir jetzt schon wieder ähm probieren wir es einfach mal so jetzt kehre ich wieder gut gelaunt ins Let's Play zurück keine Sorge ah wir haben Angriffsvorteile natürlich das nutzen wir ziemlich gerne aus wie wir alle wissen zack den einen mit 938 weggebrotzt einfach voll in sein Gesicht ähm in der Hoffnung er überlebt es noch aber kaboom oh und da wird es wahrscheinlich auch BAMS nicht äh wusste ich natürlich so jetzt haben wir es eigentlich bald geschafft wir sind jetzt ähm ich schätze mal so story technisch ne halbe dreiviertel Stunde von Ende der CD1 entfernt ja ihr habt gehört CD1 ist echt bald fertig ähm ja was werden wir jetzt tun äh da oben können wir noch nicht hin das ist natürlich etwas blöd und suboptimal aber kann man noch nicht ändern deswegen 3 Gegner bitte ein Hinterhalt jawollo ey äh 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 Draco Jack BAM in sein Gesicht äh dieser Kampf gibt richtig fett XP muss man einfach so sagen so freier Sprung ob es überhaupt noch einen Angriff gibt von Freier wahrscheinlich schon gibt es das ist so eine hässliche Sache äh werden wir aber überleben diese Runde wird nämlich nicht mehr so lang gehen ist leider so äh ja mach ruhig gemacht hab ich kein Problem damit aber zack tot was verfehlt äh das war nicht so gut das ist nicht so gut Leute das ist nicht gut oh aber es hat doch noch gereicht und Queena ist davor noch nicht gestorben das finde ich ist optimal gelaufen naja optimal ist was anderes aber es ist ganz gut gelaufen und wir erreichen bei Level 17 das finde ich natürlich auch sehr nice muss man einfach so sagen so müssen wir mal schauen äh Status zack 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 ähm muss man irgendwas tun all Heilmittel da haben wir nichts deswegen müssen wir auch nichts heilen wir gehen mal raus und gehen jetzt in den Nebenraum sofern wir denn da überhaupt noch hinkommen ah wir sind jetzt hier und da kommt Zon schon wieder ihr sag ich schon wieder wirklich eine lästige lästiges Pack sag ich seid bereit zu sterben sagt sag ich ja 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 töten 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 ja wir wollen töten töten naja probiert uns doch einfach nur zu töten hier scheiß Magie ihr könnt doch eh nix so was soll denn das jetzt werden so Vivi macht bitte mal einen äh gemacht Zauber kann man das auf alle machen ne kann man nur auf einzelne Gegner kein Problem wir werden erstmal direkt äh die beiden hier zerstören alles kein Stress für uns Vivi macht seinen Eisangriff vorbei auf beide und ja wir werden auf jeden Fall hier ein wichtiges item einsacken müssen und zwar äh den Donnerstab äh dieser Donnerstab ist natürlich sehr sehr nützlich für einen Zauberer den wir ja zufälligerweise in unserer Gruppe haben äh Korallenring ziemlich blöd dass du Blitz auf mich benutzt der Korallenring absorbiert Donnerattacken so Freie haben wir jetzt wirklich noch Speer können und der fällt um wie ein nasser Sack die haben uns wirklich nichts entgegen zu werfen habe ich auch keinen Stress damit muss ich ehrlich sagen bringen echt wenig AP und EP aber wir haben schon wieder Fettkohle gesammelt 11.000 an der Zahl einer halben dreiviertel Stunde oder so ich weiß gar nicht wie lange wir aufnehmen äh ihr seid ja immer noch nicht tot das wird dieser generellen aber gar nicht gefallen sage ich ja genau und wenn ihr erst mal sauer ist dann habt ihr gar nichts mehr zu lachen sage ich ja äh das kann gut sein geht's da weiter ne geht's nicht äh ja da sind viele Tote das ist nicht so toll sage ich aber besser tot als unter eurer Herrschaft zu nehmen sage ich ein weiterer Stichpunkt auf meiner Themenlisten Dingens da war ähm dass wir aktuell sehr 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 ähm ja ich sag mal ähm sehr aktiv StarCraft spiele ich also ich spiele schon extrem StarCraft lastig zur Zeit und es geht nur auf sie dann das ist natürlich super das absorbiere ich und habe jede Menge Spaß damit und ich habe mir überlegt ob ich nicht vielleicht sogar ähm so blöd wie es vielleicht klingen mag nicht mal irgendwann das ein oder andere Turnier spielen möchte das habe ich mir echt überlegt vielleicht so ein bisschen darauf hin zu trainieren natürlich irgendwie nur hier in München in der Gegend oder so fände ich irgendwie ganz cool muss ich sagen aber davon bin ich noch ziemlich weit entfernt muss man einfach so sehen äh eine Goldnadel haben wir jetzt hier Prozent gut haben wir noch nix das ist eine Truhe hier oder auch nicht scheiße ich habe vergessen ähm äh äh ich habe vergessen dass es diese Viecher da gibt so wir machen erstmal die Mimik hier kaputt so heißt das Monster nämlich das habe ich nämlich komplett verplant ja hat sich natürlich dann auch erledigt zack zack Potion habe ich kein Problem mit Potions kannst du haben so viele du willst solange du hier drauf gehst jetzt und ich meine Erfahrungspunkte äh bekomme von dir so alles klar 100 und 33 Erfahrungspunkte ist natürlich eine Summe mit High Potion und Äther sind wir natürlich dann auch extrem zufrieden beziehungsweise das bin ich schon mal so jetzt müssen wir hier aufpassen diese Stelle habe ich mir gemerkt äh ne habe ich mir nämlich nicht wir gehen nämlich nochmal hier rüber Entschuldigung es tut mir leid äh diese Stelle habe ich mir jetzt gemerkt wir gehen hier jetzt nämlich langsam rüber nicht schnell nur ganz langsam weil sonst stürzt das hier ein und wir bekommen diese Gemini Stiefel nicht die wir direkt auch versuchen werden anzulegen an irgendwen äh zack Gemini Stiefel Holzauge HP plus 10 äh bringt das vielleicht jemanden anders mehr was äh sie kann HP plus 10 erlernen äh finde ich äh ja verschlechtert aber ihre Werte ungemein oder verschlechtert die Werte einiges aber sie lernt HP plus 10 und sie dann kann danach äh 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 weiter lernen das ist alles kein Stress so also sie dann kann danach sein Holzauge lernen jetzt kommen wir zurück jetzt bricht das Ding halt runter und dann haben wir quasi die Brücke darüber geschaffen kein Problem kein Problem äh hier können wir noch nicht durch das ist noch etwas ähm da ist eben noch etwas zu erledigen davor da können wir auch nicht durch äh hier können wir auch nicht hin das heißt wir haben hier alles erledigt was wir gebraucht haben ähm ja jetzt kann man getrost wieder ohne schlechtes Gewissen wieder zurück laufen und eben jetzt da drüber und dann kommen wir natürlich einen Kampf was denn auch sonst ähm ja da 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 wir werden hier oh ja diese Typen die mag ich ja so sehr die mag ich ja so sehr die mag ich mag ich mag ich so sehr BÄM in sein Gesicht finde ich toll dass er dann direkt auf die Fresse geht und stirbt diese Gipsattacke die ist so unnütz für dich gewesen wie ein sonst noch irgendwas also die hätte er sich auch sparen können denn schließlich stirbt er so oder so spätestens nach äh Freias Angriff ist hier E-Schicht im Schacht für ihn aber mit Queeners Angriff ist das Ganze auch schon erledigt was mich natürlich ziemlich äh freut muss ich einfach sagen so wir haben Ball Level 17 sogar erreicht meine kleinen Freunde also schon nie